Hallo zusammen, hier ist Ivan von der Treppe in Stuttgart und das hier ist das neue Charger. Sieht doch richtig hübsch aus, haben uns gerade frisch geschraubt und deswegen dachten wir uns, Mensch, dann drehen wir die Runde mit. Komm, auf geht's! Komm, auf, 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 auf! Komm, rein! Cool! Das E-Mike fährt sich richtig gut, es ist sehr stabil, es fährt sich wirklich besser als das bisherige Charger. Dann wünsche ich euch viel Freude damit. Kommt vorbei und testet es! Ciao!